Hier, wollte ich sagen, hier gibt es immer so kleine Zwischenmissionen, fahre schnell und bleib auf der Straße. Als sowas, oder dass man so ausweichen muss, also mal rechts und links, oder so Tafeln zertrümmern muss, oder so mal so Sachen halt, damit man seinen Skill beweisen kann. Das will ich jetzt hier wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich viel zu langsam da reingefahren bin. Vielen Dank.